ich möchte heute den heiligen karl präsentieren den habe ich im dorotheum gekauft in der stadt in der seilergasse im ersten bezirk hat es um die 100 euro gekostet mir gedacht er gefällt mir den nehme ich mieten das habe ich natürlich für besondere dienste bekommen für die wiener stadt für die schöne wiener stadt habe ich schon ungefähr ein jahr habe natürlich wasser eingefügt wein ist es kein aber es schmeckt ausgezeichnet